Wissenschaft und Technik werden zunehmend von der Dynamik moderner Gesellschaft beeinflusst. Die Herausforderungen der Technik, der Forschung in zum Beispiel Verkehrsdynamik und Infrastruktur, Energie und Umwelt, aber auch Robotik und Informationstechnologie können nicht mehr alleine gelöst werden, ohne den sozialen Wandel zu beachten, aber auch die Teilhabe, die Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern. Und daher ist unser Munich Center for Technology in Society ein fakultätsübergreifendes, integratives Forschungszentrum, das sich einmal mit der Wechselwirkung von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft beschäftigt, dann aber auch Ethik und Verantwortung betont und den offenen Dialog mit der Gesellschaft. Unser Zentralinstitut ruht auf drei Säulen, der interdisziplinären Forschung, der forschungsorientierten Lehre und dem offenen Dialog mit der Gesellschaft. Wir zielen ab auf Wirtschafts-, Wissenschafts- und Politikberatung, aber auch auf die Ausbildung, die Erziehung von jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren, die sich ihrer Verantwortung in der modernen Gesellschaft wohl bewusst sind.